Die 5 besten Handtuchhalter Tür – ein Vergleich Ich habe die ForSmile Türgarderobe zum Einhängen gekauft und bin sehr zufrieden. Sie ist aus Edelstahl und hat Anti-Rutsch- und Filzpads. Sie ist sehr einfach zu installieren und passt an jede Tür. Sie ist sehr robust und stabil, sodass sie auch schwerere Gegenstände tragen kann. Die Pads sorgen dafür, dass die Tür nicht beschädigt wird. Ich kann diese Türgarderobe jedem empfehlen, der eine praktische Lösung für Kleiderhaken sucht. Ich habe mir vor kurzem die ForSmile Türhaken zum Einhängen gekauft und bin sehr zufrieden. Sie sind aus hochwertigem Edelstahl und haben Anti-Rutsch- und Filzpads, was sie sehr stabil und sicher macht. Ich kann sie auf beiden Seiten verwenden, was sehr praktisch ist. Sie sind auch sehr einfach zu installieren und sie sehen auch noch gut aus. Ich würde sie jedem empfehlen, der nach einer hochwertigen Türgarderobe sucht. Sie sind eine sehr gute Investition und sind auch noch made in Germany. Ich bin sehr zufrieden mit dem DOR My Türgarderobe mit 6 Haken. Die Haken sind sehr stabil und robust, sodass sie auch schwere Jacken und Handtücher tragen können. Sie sind auch sehr einfach zu installieren und sie sehen auch sehr modern und stilvoll aus. Ich würde dieses Produkt jedem empfehlen, der nach einer schönen und praktischen Türgarderobe sucht. Es ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und es ist eine sehr gute Wahl für jeden, der nach einer modernen und schönen Türgarderobe sucht. Ich habe mir den selbstklebenden Geschirrtuchhalter gekauft und bin sehr zufrieden damit. Er ist sehr einfach anzubringen und hält sehr gut an der Wand. Er ist aus ABS-Kunststoff und sieht sehr modern und schick aus. Er ist auch sehr robust und langlebig. Er ist perfekt für mein Badezimmer, meine Küche und mein Haus. Es ist eine sehr praktische Lösung, um Handtücher zu halten und zu organisieren. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe mir den Hub-Hirm-Handtuchhalter-Tür gekauft und bin sehr zufrieden. Er ist einfach anzubringen, ohne bohren zu müssen und passt an jede Schranktür oder Schublade. Die zwei Stangen sind aus Edelstahl und sehr robust. Ich kann mehrere Handtücher aufhängen und sie sind immer griffbereit. Ich würde dieses Produkt jedem empfehlen, der einen guten Handtuchhalter sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.